Jeder kann einen Beitrag dazu leisten. Beim Klima sind die erneuerbaren Energien ganz wichtig. Unser Landkreis Tierschenreuth hat seine Dachdächer mit PV-Anlagen bestückt und wir haben auch eine Freiflächen-PV-Anlage an der Steinmülle. Beim Umweltschutz ist natürlich auch wieder jeder selber gefragt. Hier ist es, Aufgabenstellung Abfall zu vermeiden. Und wir von Seiten des Landkreises haben ein sinnvolles Abfallentsorgungskonzept, wo zentral Abfälle gesammelt werden und bei der Steinmülle haben wir eine große Deponie.